servus grüß euch heute ist meine aufgabe einen hool freizugraben sprich diese vier düsen ich hoffe man sieht schön musste ich freigraben dafür musste ich hier zuerst ein schilf entfernen das war ein ganzer hänger voll und eben das ausbaggern damit der poolbauer schön dazu kommt und weil bei der druckprobe sind es darauf gekommen dass einer von den vier düsen undicht ist und jetzt wird es ab diesem bereich in der mitte hier erneuert jetzt kann der poolbauer daran arbeiten und wie ich das gemacht habe seht ihr gleich im folgenden video viel spaß dabei und Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.